Hörne! Ich hab' Kehl! Ich bin krass! So... Schon mal das Spiel nebenbei starten und gucken... Haben das schon so in Ordnung? Es ist voll schwierig. Ich hab' Apex-Satz... Ich schwöre einfach mal ein Trio und gucke einfach mal, was rum passiert. Zwei Randoms haben bestimmt mehr Ahnung als ein Random. Vor allem, ich hab' gar keine Ahnung oder so. Kann ja nur besser. Hab' ich was zum Beispiel halt nicht. Zum Beispiel, ähm... Wenn wir zum Beispiel Apex-Satz. Apex-Satz finde ich zum Beispiel... Natürlich ein anderes Spiel als Valorant, aber so vom System her finde ich es ähnlich. Oh Moment, hab' noch nichts gedrückt. So, am Anfang ein großer Hype. Season 2 kam dann raus. Ging... Ja, war okay. Drei... War wieder besser. Und so bei vier war dann erstmal nur so ein Nischendingen quasi. Weiß nicht, ob das so zum Beispiel... Ob man das mit Valorant zum Beispiel vergleichen kann. Ob das nachher... Wer zum Beispiel der nächste Agent dann kommt. Ob man dann sagt... Oh... Oh... Ich bin... Ich bin nicht mehr alle oder so. Weißt du? Dass die Masse da vielleicht einfach nur noch... Gib's halt nur noch die Experten. Für Jumpmaster? Ne! Übergeben! Ich bin doch kein Jumpmaster. Mal gedrückt heulen! Ich bin kein Jumpmaster. Seid ihr wahnsinnig? Na klar, sehe ich mich doch! Absnaggeln. Noch mehr Rüstung. Epische Rüstung zum Anfang. Schon mal nicht kacke. Nur Shotgun. Ja, weiß ich nicht. Shotgun. Nur wenn ich gegen die Nightmare spiele. Das tue ich jetzt so wenig. Erfahrung aus seinem Streams. Okay, Bobby ein Schild? Ich glaube gar nicht, ne? Ich finde das so unfair. Das bisschen von Sound her. Das eine... Schießen ist voll laut. Was hab ich damals alles eingestellt? What the fuck? Das ist ja komplett kacke. Vergangenheitsjahr nicht. Ich verfluche dich. Ah, okay. Warte, Moment. Warte noch... Warte noch auf mich. Halt, Stopp! Alter, ich... Hier kann man ja... Es gibt kein Fallschirm. Okay. Probieren geht immer studieren. Ich... Gar kein Problem. Äh... Scharfschlüssengewehr. Erstmal MP. Ach, komm mal, die wenig immer markieren. Was hab ich denn da? Ich hab noch nicht... Ich hab noch irgendein... Nimm's! Nimm es! Okay, gedrückt halt. Ich bin grad... Ich bin grad... Ich bin grad mega lost, ey. Holy shit, ey. Hoffentlich kommt gleich kein Gehmer. Mein Mails denkt sich, Alter, was markiert der der ganze Zeit? Der Lutscher. Wartet auf mich, Leute. Es ist einer von 300 Kilometern weiter weg. Moment, halt, Stopp! Oh, Scheiße! Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Hey, Stopp! Ich bin zu krass für euch. Ihr kippt mich nicht. 네, also, ich bin auf. Dann bin ich auf. Ich habe nichts übergeben, doch. Ich habe nichts übergeben, aber. No, ich bin hier. Es ist hier م магазin. Kurz. Und ich bin auf. Ich wollte sie verletzt und... doch nicht ich darf ja mit der er kommt erst kass okay ist alles klar was habe ich ich habe etwas krasses glaube ich ein schatzpaket nein was ist das was schatzpaket oder ich jetzt krass wir sie mir da verneigen sich jetzt alle von mir weil ich das wo ein piece gefunden habe oder so schwarzmarkt schwarzmarkt ich bin so raus ist im gebeten so vielleicht so ein paar runden gut es ist so dass man ja letztendlich auch gesagt so der start war okay aber sobald die anderen dann auch richtig gemacht man war ich dann total da habe ich dann abgeschwänzelt das betrunken wollen wir sehen wir haben nicht gelaufen und nicht wer ist neu wenn das neue Mittel sich allein lassen wer am Schülken und gut die Strecke kenne ich noch die Stelle, kenne ich noch, glaube ich. Abgeändert kenne ich dich. Ich kenne diese Tür. Ich kenne diese Tür. Ich kenne diese Tür. Ich kenne den Raum im Hall. Warte. Warte. Entschuldigung! Okay, aber scheiße. Wo kommst du denn her? Nein! Nein! Das ist Unfall ist mäßig. Unfall ist mäßig. Wo kommt die denn her? Ich werde das überleben. Sag dir aber mal. Ich habe aber gefühlt, habe ich ein bisschen Schaden gemacht. Tu es nicht! Belastend! Oh! Siehst du das? Ich bin der krasseste. Ich bin der krasseste jetzt. Okay. Okay, dann lebe es. Ease snack. Da wird es erste Folge. Ich habe gar nicht mehr. Oh, ich drücke mal ein F! Ich will dir mal geiles zeigen. Da kommen die an. Du bist so nix. Du mal leid! Okay. Wenn du das sagst. Ihr seid bis zum. Ihr macht dann Leute, ne? Du bist so nix. Moment mal. Ah, wir sind da noch zu zweit. Einer ist rausgegangen. Der wollte nur gecarriert werden, weißt du? Und Level 9, weil ich nicht krass genug da hast. Hier komm mal da oben mit geschossen, da. Moment! Wartet nicht. Oh Mann ey! Komm her! Jetzt ne Sniper, ne? Jetzt ne Sniper. Schuriken! Okay, kein Schuriken-Kin. Schade. Dann pass auf. Ich will der Granate. Zack! Hörne? Hörne? Hörn! 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 Das hast du nicht gesehen ey! Das hast du nicht gesehen. Das ist so krass! Ich hab gel... Wie benutzen. Oh Mann ey! Oh Mann ey! Ich dachte, spiel dich! Also ich bin bei dem Stand, ich weiß es ist ein... Ja jetzt hab ich jetzt hab ich jetzt ne... Ich muss ja wie ich sie weglockt. Habe ich sie mit der Granate getroffen und davon bestimmt anderen ne? Das ist klar. Das ist klar. Das haben wir nicht. Ja, wohl, dann gehen wir nicht da. Der Problem damit rechnen. Ja, ich hab krass. Ja, du denkst du nur da hinten da. Du bist da so schnell gekommen. Ja, aber was warum ich... Krass, das ist in der Wissen. Nein, Moment! So krass bin ich auch nicht. Heistock! Moment! Ja, ist klar. Moment. Snippe. Wo bist du? Alter, ist halbautomatisch. Ach, come on! Was komm ich hier mit... Wissen ja... Ne, das ist frech. Dich krieg ich noch! Mach die fertig! Bist du krass? Oh Gott! Oh, bumm, 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 bumm. Oh, drei sind da natürlich! Moment, drei sind da natürlich! Oh man, ey! Zwei Kills! Reicht! Ich bin der krasseste! Boah, ich kenne mich schon wieder! Acht! Selbst wenn ich meine die zusammenpackt, habe ich immer nur fünf Kills weniger als ich. Und... Okay, das ist eine Nullbrunde. Nice! Das ist eine Nullbrunde! Vich gut! Man schmeckt ihn doch ein bisschen am Start! Leifel 220 von denjenigen, glaube ich, krass! Mein halt! Also, man muss aufhören, wenn es am besten läuft. Und ich habe Fortnite einmal gewonnen. Also, beziehungsweise mein Team hat Fortnite gewonnen, ohne ein Kill zu machen. Ja? Ja? Wir sind einfach mit null Kills durchgekommen und haben tatsächlich mit null Kills auch gewonnen. Ja? Da musst du einfach aufhören. Weil, da kannst du noch kacke werden. Im Vergleich, ja? Seitdem du 99 Kills machst. YouTube-Video zu machen, wo du sagst, gewonnen ohne zu killen. Ohne Kill. Easy Snack. Was? Okay, das ist die Beifahrerseite. Und ich bin zu dumm fürs Fahren. Fahren! Ja, sehe ich mich doch! Puh! Halt! Stopp! Warum? Nee, ist doch traurig. Okay, man lenkt mit der Maus. Okay, so. Ja, okay. Mhm. Aber die Orte kommen mir bekannt vor. Also, sie haben einfach die Map überarbeitet. Die haben mich eine komplett neue Map genommen. Die haben einfach so quasi noch so ein paar Orte zugefügt. Okay, wo wollen wir denn hin? Wir gehen zu der Orbitalkanone. Orbitalkanone klingt einfach nach Krieg. Und Krieg? Mach ich. Das ist schon gar kein Bock mehr. Alles klar. Oh! Oh! Ja! Das ist ja ein Voraussteiger. Damit hab ich ja nicht gerettet. Hm, okay! Was? Lalle! Bleib stehen! Oh, der hat sich gedacht... Alter, der schlägt der FK da rum? Oder was war das? Wo ist der Junge? Da! Halt! 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 Ich habe Epyx getestet, zwei Runden, drei, hab ich zwei Runden durchgecurried, reicht. Ich habe Epyx getestet.